Ich war regelrecht geliebt, Frau Schock, und konnte nichts tun. Das hab ich gesehen! Hi und willkommen zum Let's Play von Pokémon Schild und Schwert im Erweiterungspass. Und du bleibst jetzt mal hier. Oh Gott, oh Gott. Hallo, Hopp. Da ist ein Dick da. Da bist du ja, Toni. Du brauchst mich nicht winken, ich steh dir genau vor dir. Vardibi gibt es hier ja eine Menge. Zehnflüssigen Honig haben aber nur Hohen Weisel. Und von denen fehlt hier ja leider jede Spur. Hä? Das ist eine Energie... Der Energiequellendetektor, von dem mir Sarnia geliehen hat, schlägt aus. Meine Güte. Das ist ein Baum. Er, er geht auf den Baum hier. An diesem Baum ist irgendwas seltsam. Den sollten wir uns mal näher anstehen. Kann ich bitte das Dick da einsammeln? Danke. Ich will das Dick da... Oh, das ist eine TM! Das ist ein P, tut mir leid. Hier sind überall Dick da. Ist das auf jeder Spitze jetzt hier irgendwo so ein Dick da? Wann, da muss ich mal schauen. Tatsache. Ja, die sammeln ich einfach offscreen ein. Nein! Oh, Baum. Von dem Baum weht ein starker, süßer Duft hab. Möchtest du einen überhaupt schütteln? Ehrlich. Was ist das? Hunden. Geil. Ich bin Schauspieler richtig sehr gut. Irgendwas kommt aus dem Baum und zieht dich ins Pokémonus. Aber warte mal kurz. Mein anderes Vieh ist gar nicht effektiv gegen das... Mein... W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-s- Ja. Ich kämpfe alleine. Hat sich Hopp verpisst? Achso, nee. Ich hab ja alle Pokémon. Das ist ja kummergut. Ja. Erzwinger. Unter enormen Grubb. Das Vieh ist Käfer, ne? So. Tschüss. Ich glaube, du bist gleich tot, ne? Oh, das war gar nicht so eine schlaue Idee. Alter, mein Controller. Ja, treu... Also, ich muss es nicht mal heilen. Das macht aber gut Schaden. Du darfst jetzt einfach eigentlich nicht sterben. Denn sonst hab ich ein Problem. Blockbefehl. Genau. Ich muss meinen Pokémon heilen. Naja, wo? Ich bin schneller als das Vieh, ne? Vielleicht setzt er nochmal Blockbefehl ein. Ja. Spezialverteidigung steigt, aber... Es sollte... Eigentlich reichen. Ja. Gut. Soll ich das Vieh jetzt fangen? Ich bin mir nicht so sicher. Nein! Soll ich nicht. Durch den heftigen Kampf ist eine seltene Honigwabe auf den Boden gefallen. Aber was ein Wunder! Ein Dünner... Eine Dünner-Honigwabe. Honig, der vom Dünner maximierten Hohnweiser hergestellt wird und den Geschmack einer Dünnersuppe abrundet. verfügt über denselben Effekt wie ein Top-Beleber. Oh, sagst du schön. Wow! Wir sollten es zwar in hohen Weise finden, aber musste es gleich ein Dünner-Maximierter sein? Du, Junge! Hast dich anscheinend so schnell verpisst! Du warst einfach nicht mehr da! Ich war regelrecht gelähmt, Frau Schock, und konnte nichts tun. Das hab ich gesehen! Das nenn' ich mal einen zähflüssigen Honig. Oh Gott. Der mit Sicherheit dieses Etwas, das Wulao so mag. Hat. Hä? Wusste ich es. Der Energietetektor reagiert auf diesen Honig. Auf der Rüstungsinsel gibt es also mit den Pilzen und dem Honig zwei weitere Dinge, die mit dem Dynamax-Dynamax-Phänomen in Verbindung stehen. Ein Dynamax. So viele Dinge warten nur drauf, entdeckt zu werden. Da macht das Forschen noch mehr Spaß. Also dann! Wir haben das Etwas gefunden. Gehen wir zurück zum Dojo. Gehen wir zurück zum Dojo. So, da sind wir zurück zum Dojo gegangen. Da wird doch der Woldi in der Pfanne verrückt. Ihr seid schon wieder zurück? Mh, das riecht aber süß. Hey. Sie haben aber eine gute Nase. Unsere Suche nach dem Dynamax-Honig, den Wulao so liebt, war erfolgreich. Na sowas. Das ging aber ratzfatz. Wenn wir zwei zusammen... Was für zusammenarbeiten, Bruder? Alter, ich stand da alleine. Ich stand da so alleine. Ist keine Herausforderung zu groß. Verstehe. Aber dass ihr wirklich ohne große Hinweise auf den Dynamax-Honig gekommen seid und ihn ausfindig gemacht habt, starke Leistung, Toni und Top. Sie hatten also doch nicht vergessen, worum es bei diesem Etwas geht. Mit etwas Dünner-Honig in der Dünner-Suppe wird sie sicher auf Wulao so schmecken. Toni? Du hast so ziemlich alles erlernt, was wir dir im Master-Dojo beibringen können. Mit anderen Worten, du bist jetzt so weit, dass ich dir mit voller Kraft entgegentreten kann. Also, meine... Nee. Jetzt ist es doch tatsächlich nötig, dass auch ich mal ein bisschen trainiere. Nee, alter, brauchst du nicht trainieren. Kein Ding. Sobald du bereit bist, es mit mir aufzunehmen, komm zum Kampfplatz hinter dem Dojo. Doch sei gewarnt, diesmal werde ich ernsthaft ernst machen. Was? Nein! Das letzte Mal war schon ernsthaft ernst für mich. Ich frage mich, wie stark der Meister ist, wenn er ernsthaft ernst macht. Er ist der Meister meines Bruders. Das heißt, er ist bestimmt mega stark. Natürlich ist er das. Also, pass auf. Ich nehme... Und nimm diesen Kampf nicht auf die leiste Schulter, Toni. Und ich muss jetzt mal ernsthaft mit meinen Nachforschungen anfangen. Wegen denen ich hierher gekommen bin. Viel Erfolg, Toni. Gib alles, wo wir... So wie immer. Wenn du gegen Maastricht kämpfst, kämpfst, ja. Werde ich sofort zur Stelle sein, um dich anzufueren. Ja, das sind ja mal Nachrichten. Ja, gut. Was werden wir morgen machen? Ich denke, es ist sehr klar. Vielleicht wird es das Verzweiflungsspecial 2.0. Vielleicht wird es ein voller Erfolg. Wir werden es sehen. Ich hoffe auf das zweite Ref.